Fangen wir mit M1 Tank Platoon mal an. Ich werde auch unten in die Beschreibung den Link von Moby Games packen, dann könnt ihr euch das selber noch mal genauer angucken. Aber kurz zum abholen kam 1989 raus. Ich glaube nicht gleichzeitig auch in Deutschland bin ich mir nicht sicher, aber es kam auf jeden Fall vor den 90ern noch raus. Ist von Microprose, war zur Höchstzeit der Microprose Spiele, sage ich mal, also für mich zumindest in den goldenen Jahren, wo die Simulationen halt sehr populär waren. Kam zeitgleich raus mit F19 und so ein paar Sachen. Also zeitgleich kam im gleichen Zug für mich raus, in der gleichen Zeitperiode quasi für mich raus. Das gab es noch für ein paar andere Systeme. Also ich weiß, dass ich es nicht auf dem PC immer gespielt habe, sondern auch bei einem Freund auf einem Amiga 500. Genauso wie F15 Strike Eagle 2 und noch andere kamen für den Atari noch raus. Ich meine, hier unten sieht man ja auch, dass es jetzt die PC-Version, die wir hier haben, hat nicht nur CGA und EGA, sondern auch VGA, wobei der VGA-Modus jetzt auch nicht so hübsch aussieht. Aber das werden wir ja nachher nochmal ganz genau betrachten. Ich habe ein kleines Video aufgenommen, was jetzt den Boxinhalt angeht. Keine Sorge, wir haben kein langweiliges Unboxing über 20 Minuten. Das geht jetzt 1-2 Minuten. Ich werde das kurz zwischendurch immer mal anhalten und vielleicht die eine andere Sache noch dazu erzählen. Was so ein bisschen besonders ist, ist, dass es sich hierbei halt um eine Box handelt, die halt ein wirkliches Cover von einem Foto hat. Oder zumindest Fotoanmutung. Ich weiß nicht, vielleicht wenn es jemand gemalt hat, hat er sehr viel Talent, glaube ich. Die anderen Spiele zu der Zeit hatten halt alle sehr handgemalte Covers, Knights of the Sky und sowas. F-19, Gunship, die waren alle nicht in diesem Style. Deswegen sticht das so ein bisschen raus. Vielleicht blende ich hier nachher nochmal die anderen Covers kurz dazwischen mal sehen. Als Inhalt sind natürlich die üblichen Sachen. Also erstmal natürlich die Disketten. Ich weiß nicht, ob es auf 3,5 Zoll Disketten auch ausgeliefert wurde. Ich habe nur die 5,5 Zoll Disketten. Drei Stück. Dann gab es dazu die berühmten Tastatur-Overlays, die ich nie benutzt habe. Einmal für Tandy und gleich nochmal das für den IBM. Ich glaube, das packe ich dann auch nochmal aus. Also wie man hier jetzt links vielleicht ein bisschen erkennen kann, sind halt die Tastaturkommandos da drauf und die Belegung der F-Tasten. Werbung, ich glaube, die gehörte gar nicht dazu. Paragon Software. Ich weiß nicht, ob die mit Micropros direkt was gemacht haben. Die Kundenkarte. Ja. Hier konnte man dann seine Backup-Disks bestellen von unterschiedlichen Spielen, die fast nochmal so teuer waren wie die Spiele. Die Werbung, die dazu gehörte. Hier sieht man schon Red Storm Rising. Hier sieht man auch kurz die Covers. Die sind natürlich alle ein bisschen anders. Ich halte das mal an. Die sind natürlich alle ein bisschen anders wie die von M1 Tank Platoon. Aber warum weiß ich auch nicht. Damals waren die Covers ja eh alle ein bisschen unterschiedlich. Außer vielleicht SSI. Die hatten ja immer sehr schöne gleiche Cover. Ja, das ist glaube ich so, was jetzt kommt. Der wichtigste Handzettel, wo einmal der technische, ja der technische Umfang drin ist. Anhang, wie ich das installiere, wie ich speichere etc. Aber natürlich auch die Tastaturbelegung. Gibt ingame noch Hilfen dazu. Aber ich glaube da ist halt nicht alles zu sehen. Und halt die Seiten im Handbuch, auf denen erklärt wird, wie die Funktion wirklich funktioniert. Dann das Handbuch. Meins ist leider schon defekt. Was ich gleich zeigen werde, da ist die Klebebindung leider schon ein wenig defekt. Das heißt, ich blätter da jetzt nicht ganz so ausgiebig drin rum. Ja, wie man hier sieht, löst sich das dann halt auf. Je weiter ich blätter, je mehr löst sich das auf. Ich blätter hier jetzt nur noch mal kurz durch. Ballistische Kurven. Also das ist halt so ein typisches Microprose Handbuch, wo halt nicht nur das Spiel erklärt wird, sondern wo halt auch, da sieht man auch die kaputte Klebebindung, wo halt auch die strategischen Vorgehensweisen zu der Zeit erklärt werden. Wo die Funktionen von Reaktivpanzerung und Sabbat und Heatshells erklärt werden. Ja, nicht nur das Spiel, sondern halt auch viel drum rum. Und das hat mir damals immer sehr gut gefallen. Formationen, etc. Aber ich denke, jeder, der so ein Microprose Handbuch oder so ein ACES, so ein Dynamics Handbuch oder so mal gelesen hat, der weiß, wovon ich spreche. Ja, das war es auch kurz zum Unboxing. Ich denke, wir gehen jetzt gleich mal in der nächsten Folge zum Spiel über. Und jetzt, auf den eternen Teil numero 19 gehen! quase Band mit dem Daten! Vielen Dank! Vielen Dank.